Wir erklären E-Class. Das ist Paul. Er arbeitet im Vertrieb eines Motorenlieferanten und hat täglich mit großen Kunden zu tun. Keine leichte Aufgabe, aber Paul kennt die Produkte und ihre Merkmale wie seine Westentasche. Organisation ist eben die halbe Miete. Problematisch wird es nur dann, wenn seine Organisation nicht so recht zu der des Kunden passen möchte. Ein großer Automobilhersteller wandte sich kürzlich für eine Bestellung an Paul. Jackpot! Doch dann sprach der Kunde von E-Class und fragte, ob Pauls Produktdaten nach E-Class beschrieben seien. Was ist das? E-Class ist ein branchenübergreifendes Klassifizierungssystem, also ein Datenstandard, mit dem Produkte und Dienstleistungen durch Identifier eindeutig beschrieben werden. Alle wichtigen Merkmale und Informationen über Pauls Produkte können somit einer einheitlichen Datensprache an den Kunden übermittelt werden. Zuvor hat Paul eigens formatierte Produktdatenblätter an Kunden geschickt. Die haben jedoch ihr eigenes System und mussten Pauls Daten in andere Formate übertragen. Das ist kompliziert und führt durch Medienbrüche zu Dubletten oder Inkonsistenzen. Damit ist dank E-Class Schluss. Pauls Produktinformationen sind für den Kunden immer passend aufbereitet. Einheitlich und übersichtlich. Diese elektronische Katalogisierung hilft Paul nicht nur bei unternehmensübergreifender Kommunikation, sondern auch beim internen Controlling. Das System bietet 41.000 Klassen, 17.000 verschiedene Merkmale und 57.000 Schlagworte zur Beschreibung von Produkten. Da findet sich jeder wieder. Und falls nicht, kein Problem. Denn E-Class wird stetig von Fachleuten weiterentwickelt. Paul kann sich sogar selbst engagieren und Online-Änderungsanträge einreichen. Und das Beste ist, E-Class ist international und in mehreren Sprachen verfügbar. Dank der einfachen Gliederung nach Sachgebieten, Hauptgruppen, Gruppen und Klassen findet sich Paul schnell zurecht. Endlich sprechen er und seine Kunden eine einheitliche Sprache. Medienbrüche sind Schnee von gestern und Produktbeschreibungen eindeutig. Paul freut sich. Durch die Prozesssicherheit geht ihm die Arbeit einfacher von der Hand und dank regelmäßiger Updates ist er immer auf dem neuesten Stand. Auch Pauls Kunden sind glücklich. Für sie ist E-Class mittlerweile unverzichtbar und der Grundstein für ihren elektronischen Datenaustausch. Das sieht Pauls Unternehmen jetzt ganz genauso. Mit E-Class sind sie der Flexibilisierung und Automatisierung ihrer Supply Chain im Hinblick auf Industrie 4.0 einen großen Schritt näher. Branchenübergreifend und international. E-Class